Majesty, the local blacksmith offers new services. At last. At last. Your Majesty, a new building is complete. Okay, dass sie meine Zwergengilde tot machen, das ist jetzt nicht so schön. Die Zwergengilde, a new building, a new building is complete. Ich kann meinen Maul ja nicht heilen, weil der andere zu nah dran ist. Gott sei Dank. Jetzt muss der Ohlschreck weg, dass wir dann nachher nur noch den anderen da übrig haben. Ja, die Drachen sind halt wirklich das Problem, aber ich glaube, der Ohlschreck ist tot. Ja, der Ohlschreck ist tot. Und ich glaube, es sind auch alle Phantome schon tot. Gut, der Drache ist tot. Die call ich mal zu den Arms. Die sollen nämlich da oben gegen Vendral helfen. So. Ich kann wel... Achso, ich kann den Spell nicht erforderen. Sovereign, ein Bild hat been upgraded. Sovereign. So, damit ist Vendral eigentlich schon so gut wie tot. Okay. wenn du all ist gefallen es bleibt nur noch der eine drache hier unten so drache gegen ballista tower der ferrwurst tempel hat überlebt als einziges ausstehendes gebäude ok der drache ist auch so gut wie tot haben wir es geschafft wir haben es geschafft das hat nicht die ganze aufnahme session gedauert ja wir haben einen hauf gold eingenommen wir haben 75 gebaut und 55 verloren 57 händen rekrutiert zehn davon haben überlebt danger level 80 ja das war eins die mission damit haben wir die hauptkampagne durch das heißt als nächstes kommt die nordland kampagne und dann als letztes war vor ja ich bin schon mal richtig froh darüber dass wir wenigstens das endlich geschafft haben nach zig versuchen allein schon slater mighty dragon hat uns zig versuche gekostet oder andere missionen die uns zig versuche gekostet haben wie elfen treachery oder deal with the demon ich hoffe einfach mal dass uns sowas hier im nord erspart bleibt aber die nordquests werden wahrscheinlich eh noch schwerer sein das werden wir jetzt gleich sehen wenn wir sie uns auf chaos ähm starten ja das ist die einzige beginnert fest hier im norden und beginnert fest ist sehr schlecht beschrieben also starten wir sie einfach mal ein interessanter turn of events my liege three legendary heroes called the science of chaos have issued a challenge to the champions of our settlement they call on our heroes to meet them on the field of battle all three science must be defeated before we can truly claim to have bested them mhm destroy the three seons of chaos the priestess the cultist and the warrior of discord ja no temples except those belonging to the krypton ferrvus may be built also ich hab krypton ferrvus temple bauen keine nicht menschlichen rassen keine außenposten oder botschaften mhm da dann gucken wir mal worauf wir uns hier einlassen ein magic bazaar tonic of speed oh das ist was neues und wir haben nur ein outpost das heißt blacksmith bar magic bazaar now offers fine new elixirs your majesty hall of champions magic bazaar mausoleum sorceress boat ja wir können halt nicht viel und nicht viel und nicht schnell bauen und da wir hier hauptsächlich gegen die xion's kämpfen und da ist sie schon die nekromantin mit ihren untoten sie ist level 35 hat 180 leben sie sollte aber eigentlich sie sollte aber eigentlich die 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 In the name of the sovereign Ja die warrior gilde sollte hoffentlich bald mal fertig werden Ich glaube wir starten mal und bauen gleich von Anfang an zwei guard tower bevor wir irgendwas anderes bauen oder einen guard tower den wir upgraden können Oder zwei guard tower nebeneinander ganz einfache sache Ja magic bazaar das ist neues gebäude von der nordland vom nordland addon Our magic bazaar now offers fine new elixirs your majesty Your majesty a new building is complete So sie war So sie war So sie war Your highness we've improved the guard house So sie war Ah das problem ist jetzt ist sie wieder viel zu früh da Sovereign a building has been upgraded Sovereign a building has been upgraded Oh pretty star Oh pretty star Oh pretty star Oh pretty star Your majesty a new building is complete Das ist diesmal besser, auf jeden Fall. So, jetzt haben wir vor der Beschwörerin schon mal Ruhe. Was macht die Hall of Champion? Ne, ich brauche jetzt eine von denen.